Ja, ist es spät, Dizzy, ich weiß, aber nix bett gekommen heute aus. So, moin Leute, in dem Fall schon fast Mahlzeit, sehr, sehr spät heute für mich, aber im Ernst, ich habe euch gestern gesagt, ich habe keine Zeit, habe euch noch ein Mini-Update gemacht, das habe ich mir jetzt gerade selber nochmal angehört und da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Alles wurde gestern ein bisschen später, deswegen heute auch ein bisschen später. Eins der wichtigsten Sachen beim Trading ist, sich selbst zu hinterfragen, alles zu reflektieren, was man gesagt und getan hat. Wie viele von euch sind jetzt hier schon rein und ja, haben kein Stop-Loss gesetzt und sind jetzt entweder schon hier oder hier oder hier mit Panik ausgestoppt worden oder rausgegangen, fragt euch das einfach mal selber. Ich habe gestern gesagt, hey, bevor ich jetzt hier über diese horizontale Linie nicht komme, würde ich gar nicht über einen Long nachdenken und auch hier diese diagonale Linie, da sollten wir einen Close da drüber kriegen. Gleichzeitig habe ich gesagt, hey, wenn wir uns das Ganze auf dem 8-Stunden-Timeframe angucken, was der wichtigste Timeframe ist, den man überhaupt haben kann, dann seht ihr jetzt gleich folgendes. Hier haben wir gar keine Möglichkeit gekriegt, Long einzusteigen. Warum nicht? Wir haben, wenn wir jetzt nochmal runtergehen auf dem 2-Stunden-Chart, wir sind ausgebrochen, dann sind wir sofort runtergekommen. Da hätte ja jedem klar sein müssen, hey, okay, das wird der Retest. Dann gab es den Retest und wir haben kein Close hier gekriegt über diesen beiden Kerzen. Nein, wir sind sofort eigentlich wieder hier reingefallen und dann ging es zack, zack, zack abwärts. Also eigentlich hier gar keine Chance, überhaupt in diesen Trade reinzugehen, beziehungsweise doch, wenn man natürlich den Ausbruch genommen hat, hier auf dem 2-Stunden-Chart, dann ist man hier herein. Aber wenn wir, immer müssen wir davon ausgehen, dass wir einen Retest bekommen und dann setze ich meinen Stop-Loss entweder unter die Marke, wo der Retest stattfinden wird oder ein bisschen weiter runter. In dem Fall hätte ich meinen Stop-Loss hier hingesetzt, kurzfristig. Es kann natürlich auch immer sein, dass wir uns länger an der Linie aufhalten, aber das hätte dann auch, da wären wir jetzt immer noch nicht ausgestopft worden, aber ich hätte den Stop-Loss hier hingesetzt. Warum? Weil hier die diagonale Linie ist, die retestet werden soll. Und darunter haben wir hier eigentlich noch eine horizontale Support-Marke. Das heißt, ich setze meinen Stop-Loss unter beide Marken, dass ich nicht mit einem langen Wig ausgestopft werde, sondern dass ich noch ein bisschen Spielraum habe. In dem Fall wäre ich jetzt ausgestopft worden, aber mit einem Verlust, den ich ganz klar verpacken kann, sage ich mal einfach, wenn ich wirklich hier rein wäre, 48,9 Stop, 48,4 ungefähr, 500 Euro in dem Fall oder 1%. Das ist vollkommen verkraftbar. Gleichzeitig habe ich gesagt, dass niemand weiß, wie es jetzt gerade weitergeht, ob wir hier sowas machen, sowas machen oder hier sowas machen. Und ich bin auch gestern nicht reingegangen. In dem Fall kann ich sagen, jetzt nicht unbedingt zum Glück. Ich wäre ja ausgestopft worden, jetzt nicht in so einem großen Minus, aber ich habe gestern Abend nichts mehr gemacht. Also charttechnisch gesehen. Und das war eigentlich auch eine ganz gute Entscheidung. Was machen wir jetzt? Wie gesagt, wir gehen jetzt hier auf den 8-Stunden-Timeframe und haben eine neue, diagonale, absteigende Linie, an der wir erkennen können, dass diese dann noch sicherer ist. Das ist jetzt folgende Linie. Die können wir hier einfach ein bisschen nach oben verschieben. Das heißt, diese Linie wird dann mein nächster Entry. Diese Linie ist weit, in Anführungsstrichen, weit entfernt. Ja, aber das ist in dem Fall jetzt auch nicht schlimm. Die hier können wir jetzt gepflegt entfernen, denn es wird hier eine neue, steile, absteigende, diagonale Linie kommen. Sobald wir die einzeichnen können, können wir auch eine neue Linie machen. Das war es. Im Grunde genommen nicht viel zu sagen. Was passiert jetzt? Keine Ahnung. Nach wie vor sind wir hier nach oben, nach unten. Also wir choppen hier ziemlich hin und her. Wir haben die grüne Linie nach unten gebrochen. Das ist natürlich überhaupt nicht positiv. Hier, selbst eine 8-Stunden-Kerze ist hier drunter geschlossen. Würde ich jetzt gerade in den Short einsteigen? Nein. Warum nicht? Es kann durchaus sein, dass wir hier bei so einer wichtigen Support-Marke war es ja, dass wir genau wie hier oben, wo ich gerade gesagt habe, hier wäre ich auch nicht long eingestiegen, dass wir hier ebenfalls einen Retest kriegen. Und es kann genau wie hier alles passieren. Deswegen bleibe ich an der Seitenlinie, warte einfach, was passiert. Was kann denn passieren? Es kann einfach sein, dass wir jetzt hier weiter runterballern und dann hier aufschlagen, 42, 44 hier halt machen und dann nach oben ziehen. Wissen wir nicht. Es kann aber auch passieren. Hey, wir kriegen den Retest und haben dann ein Follower und wenn wir dann eine Kerze schließen unter dieser hier, dann weiß ich, oh je, es kann durchaus noch ein Stück weiter nehmen und dann könnte ich mir auch den Short vorstellen. Die 8-Stunden-Kerze ist jetzt drunter geschlossen. Wir hatten gestern auch eine richtig lange Wig, eine 8-Stunden-Kerze. Wir können genau so eine grüne Kerze jetzt kriegen und durch alle Linien wieder nach oben fliegen. Deswegen, Leute, ich warte ab. Ich habe keine FOMO. Ich habe keinen Zwang, jetzt hier in irgendeinen Trade reinzugehen, weder Short noch Long. Und ja, das ist ganz einfach auch genau das, was jetzt gerade wahrscheinlich am richtigsten ist. Am richtigsten gibt es, glaube ich, nicht, aber ihr wisst, was ich meine. In dem Sinne war es das im Grunde genommen schon. Ja, ihr seid jetzt im Endeffekt auch nicht weiter als vorher. Ihr seid nur so viel weiter, dass ich euch nochmal gezeigt habe, dass es keine Möglichkeit gab, trotz dass wir die, in Anführungsstrichen, safe Linie nach oben hin gebrochen haben, dass es keine Möglichkeit gab, einen Trade zu nehmen. Und ich habe euch auch erklärt, warum. So, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich versuche nochmal ein Video dazu zu machen, wie ich das immer meine. So, ich bin einfach gespannt, wo die Reise hingeht. Es ist für uns eigentlich alles gut. Es ist ein schöner Leckerschmecker. Wir sind 4,4% im Minus, wenn Short genommen wird, irgendwo und jetzt gut im Plusus. Herzlichen Glückwunsch. Hätte ich jetzt nicht getan. Aber für uns ist es natürlich gut, wenn wir weiter an der Seitenlinie stehen, dass der Kurs runterkommt, dass wir die Möglichkeit haben, nochmal günstig einzusteigen, günstiger einzusteigen und dann den Weg nach oben mitnehmen. In dem Sinne wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Start in diesen Donnerstag und wir sehen uns gleich im Ethereum und Allcoin Update.